Ein fröhliches Haar, liebe Piratenfreunde und willkommen zum großen Finale von The Secret of Monkey Island. Ein Let's Play mit mir, mit Tati. Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, die Gouverneurin aus den Fängen des bösen Piraten LeChucks zu befreien. Wir sind jetzt auf Melee Island gelandet. Unsere Crew hat gerade noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Sie besorgt sich Sonnenöl für den nächsten Kurzurlaub. Und wir machen uns jetzt auf und retten die Gouverneurin. Vorwärts! Attacke! Wart einen Augenblick. Interesse an einem Malzbier, Sir? Malzbier! Oh Mann! Cool! Ja! Ghostbusters! Tschüss! Entschuldigen Sie, haben Sie eine Einladung zur Hochzeit? Aber natürlich! Durfte ich Sie sehen, bitte? Natürlich! Sie ist hier in der Sodaflasche. Das Zeug ist fabelhaft. Pass auf, LeChuck! Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt und... Hey, vielleicht gehe ich doch besser zur Kirche. Und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund nennen kann? Warum diese zwei Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen? Dann möge er jetzt reden oder für immer schweigen. Ich bin gekommen, um Gouverneurin Marley zu retten. Hey, wer ist das denn? Hey, du! Ich bin gekommen, um Gouverneurin Marley zu retten. Und was genau hast du vor? Gouverneurin? 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 Was geht hier vor? Oh, Guybrush, du Idiot! Ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig. Ich hatte alles unter Kontrolle. Dummerweise muss ich jetzt meinen Trupp sofort ausspielen. Wie? Was? Aber... Wer... Ich... Also... Was? Ich denke, du heiratest Lechak? Ich dachte, das dachte ich eigentlich auch. Das dachte er eigentlich auch, aber ich hatte eine kleine Überraschung für den Kuss der Braut in petto. Also, wenn du hier bist, wer steckt dann im Brautkleid? Was? Erschreck sie nicht. Sie haben ein Antigeistmalzbierflasche. Oh, ich schnapp sie mir. Hoppla. Netter Versuch, Guybrush. Nun muss ich in ihnen hinterher das Malzbier wieder beschaffen. Aber ich... Ähm... Du wagst es, hierher zu kommen und mir zu drohen? Ich kann deine Kühnheit nicht glauben. Nimm dies, du geistloses Gesocks. Du wirst nie wieder anständige, nette Piraten belästigen, du großer Sack voll, voll, voll mit etwas, das mit S anfängt. Äh... Nun warte mal eine Sekunde, mein Freund. Ich... Ich hab doch nur Spaß gemacht, weißt du? Das könnten wir doch wie Gentleman regeln. Oh nein. Sie klemmt. Wieso gerade jetzt? Äh... Ich meine, nicht so voreilig. Und dann ist es... Ich bin... Ich bin... Jetzt bin ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... schön sie zu sehen wie geht es dem schiff wenn sie an einem neuen interessiert sind nehme ich ihr altes in zahlung guten tag mein herr wissen sie schon mit einem blick sehe ich sie sind ein mann von welt jemand mit einem blick für qualität jemand der ein gutes angebot zu so fortige luftansicht hey hoch schlechte ich nicht so an entschuldige ist schon okay weißt du schack war ein dummer unflätiger schleimiger gruseliger kerl aber eine gute seite hat er doch was er gibt ein wunderbares feuerwerk ab ja ist es nicht romantisch kann ich dich auf ein malzbier einladen sicher da ist noch welches bei stands hoffentlich ist denn nichts passiert ich habe herrmann totro total vergessen wo zum steufel steckt der junge pirat der wird doch wohl nicht ohne mich abgehauen sein aber eins habe ich aus der geschichte gelernt was denn zahlen nie mehr als 50 mark für ein computerspiel ein was keine ahnung der satz kam überkam mich einfach und das war das secret of monkey island special edition das original ist von 1990 die special edition von 2010 20 jahre liegen dazwischen und ich denke wenn ein spiel nach 20 jahren noch mal neu aufgelegt wird dann muss etwas dran sein dass es das verdient hat ja und dieses spiel hat es auf jeden fall verdient weil es einfach ein meilenstein war es hat unglaublichen spaß gemacht mit euch dieses projekt zu machen ich bedanke mich noch mal recht herzlich für die tolle unterstützung ja es war nämlich häufig nicht ganz so einfach alles zu synchronisieren ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel wenn ich den ein oder anderen satz mal so verhaspelt habe ich habe es auch nicht rausgeschwindet ich wollte es nicht zu perfekt machen und und habe daher auch die fehler drin gelassen und gesagt ich bin da auch nur ein mensch ich stehe auf diese chillige musik im hintergrund ja es war ein tolles projekt zwölf folgen lang und ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei bei lenya beim beim schuri beim mo und ganz 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 lieben gruß an antigen danke für deine unterstützung immer und natürlich natürlich auch bei bei zoff ja danke euch ne tausendmal ja ich hoffe ihr seid auch bei bei den nächsten projekten weiter dabei von monkey island gibt es ja noch weitere spiele the curse of monkey island also der flug von monkey island aber ja mal sehen was die zukunft zu bringt in jetzt direkt im anschluss werde ich das nicht machen und da stehen andere projekte an ich bedanke mich noch mal recht herzlich fürs zugucken ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich kann nur sagen es war es war super toll hat spaß gemacht es war auch echt schwierig so viele leute auch streckenweise parallel zu kommentieren ja jetzt kann ich es ja sagen also die fettuccine brüder wie schnell der text da runter rasselt das ist einfach musst du musst du es brechen musst du so schnell es brechen ja und das ist alles das ist alles einfach manchmal einfach zu viel für dich verstehst du ja ja sonst geht der dreck vorbei und dann musst du mit dem kopf alles mit schneiden ja der text ist so wieder und dann ist da neuer text und dann musst du den auch noch und dann denkst du noch seise 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 ja da kommst du gar nicht hinterher ja und das war halt bei den strecken dann halt wo mehrere dann einfach reden und es einfach zu schnell geht ja und ja wie gesagt ganz tolles spiel ne ähm äh ich verbeuge mich bei dem spiel vor ron gilbert ja den macher natürlich auch von bei lucas arts ne die ähm ja ne es ist einfach tolles spiel mit toller piratenatmosphäre ja sollte man mal gespielt haben ist ein meilenstein absolut ja da lass ich nichts auf dieses spiel kommen ja und äh das soll es jetzt äh von mir gewesen sein ja wir sehen uns bei den nächsten projekten ne mir bleibt nur ein piratisches hart zu sagen ne und schaltet auch in meinen anderen playlists ein am besten abonniert ihr oder sowas ne irgend so ein quatsch da ne und ständig daumen nach oben ja du weißt was ich meine also mach das ok tschö